Hallo Kevin, hallo Azar, herzlich willkommen zum Zimmer-Duell. Hallo. Frage 1. Wer von euch beiden ist Erster am Buffet? Oh, das ist keine Übereinstimmung. Kevin sagt Kevin, Azar sagt Azar. B****. Aber das ist... 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 Weil ich zuerst bin, wenn ich zuerst bin. Alles klar. Okay. Frage 2. Jetzt bekommt ihr vielleicht den ersten Punkt. Wer von euch beiden braucht länger im Badezimmer? Wieder keinen Punkt, Männer. Ich brauche nicht mein Haar. Ich brauche nicht mein Haar, Maren. Ich brauche nicht mein Haar. Ich brauche keinen Haar. Ich brauche keinen Haar. Oh. Boah. Okay, jetzt kriegt ihr es hin. Auf dem Platz. Wer von euch beiden ist schneller? Das ist der erste Punkt. Danke, Azar. Okay. Knifflige Frage. Wer von euch beiden würde eher einen Boxkampf gewinnen? Kevin hat mehr Power. Der nächste Punkt für euch. Punkt Nummer 2. Wer von euch beiden hat mehr weibliche Follower? Oh, Punkt Nummer 3. Das ist der Hattrick. Wer von euch beiden isst denn mehr Süßigkeiten? was ist die Lieblingssüßigkeit? Was? Die Lieblingssüßigkeit? Was isst du am liebsten? Ich weiß nicht. Du möchtest es? Chocolat? Nein. Ich sage... Arriba. Ja, Arriba. Sehr gut. Wer von euch beiden schiebt mehr Schichten im Kraftraum? Wer ist öfters im Kraftraum? Das ist keine Übereinstimmung. Ihr sagt jeweils der andere. Oder Tabis? Für Kraft? Ja. Guck. Ich finde, du machst Kraft. Er macht immer Kraft. Boah, ey. Guck seinen Körper kurz mal. Ja, aber ich mache nichts. Ja, ich mache nichts, okay. Vor den Ferien. Vor den Ferien. Er war nur den Tag für Dubai. Ja, ja, ja. Okay, jetzt wird es interessant. Wer zahlt häufiger Strafen in die Mannschaftskasse? Oh. Ui. Ja. Das ging schnell. Das ist kein Freitag. Das ist ein Punkt für euch. Kevin, so oft? Nicht so oft, aber das war sehr teuer. Nächste Frage. Wer von euch beiden würde eher in der Wildnis überleben? Sechster Punkt für euch. Ein Survivor. Kevin? Survivor? Ja, ja. Du fängst Tiere mit der bloßen Hand bestimmt. Wer von euch beiden fährt denn besser Auto? Das gibt schnell, Kevin. Oh, Assar gibt es zu. Der siebte Punkt. Ist das wirklich so, Assar? Ja. Na gut. Wer von euch beiden benutzt denn mehr Parfum? Oh. Äh. Keine Übereinstimmung. Ja, das ist schwer. Ja. Beide benutzen gerne. Nächste Frage. Wer von euch beiden geht denn häufiger zum Friseur? Ja. Ah, das ist ein Punkt für euch. Wer von euch beiden, ihr lacht gerne, ich weiß es, aber wer von euch beiden ist denn morgens schlechter gelaunt? Ja? Ist das so, Assar? Ja. Ja? Ja. Ja. Punkt Nummer neun. Wir haben noch zwei Fragen. Wer von euch beiden ist öfters am Handy? Uh. Schwierig. Schwierig. Oh, putain. Keine Übereinstimmung. Ja. Ja. Okay, und die letzte Frage vom Zimmerduell. Wer von euch beiden hat denn den besseren Style? Oh. Ja. 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 Das diskutiert ihr uns bitte. Oh. Auf Deutsch. Er hat geil Style. Ich habe viel Style. Ich mache manchmal Klasse. Manchmal. Hey, hast du gesehen diese Christmas-Party? Hast du gesehen die Christmas-Party? Ja. Hast du gesehen? Ich war top. Ey. Er kommt immer im Training. Jeder Spieler hat gesagt, oh Assar. Er kommt immer im Training mit Schlapp. Oh. Ja, das Training. Nein, nein, nein. Training ist cool, weißt du? Nein, nein, nein. Wir spielen Fußball. Aber wenn ich muss... Blau, blau, blau. Tavua Dubai. Frei. Frei? Nein. Ihr habt neun Punkte. Vielen Dank für eure Zeit. Gerne. Bitte. Dankeschön. Dankeschön. flute.